Leute, 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 der Donkey Kong December ist Waldswende. Heute ist Tag 29. Eigentlich sollte heute ein anderes Video kommen, wo Timo und ich in VR unterwegs sind. Aber das kommt morgen, ich hab's jetzt nicht ganz geschafft, es fertig zu schneiden. Ich hab heute nämlich nicht so viel Zeit. Auf jeden Fall, der Donkey Kong December, genau, der ist bald vorbei. Und manche fragen sich da vielleicht, kommt er 2022 wieder? Die Antwort ist selbstverständlich, ja. Aber, aber, er wird nicht bei mir kommen. Ich hab meine Ideen aufgebraucht, ich hab alles getan, was ich konnte. Deswegen wird Donkey Kong December nächstes Jahr bei Timo stattfinden. Auf diesem Kanal. Und Leute, vertraut mir, ich hab hier nichts mit Timo abgesprochen. Ich nominiere ihn jetzt einfach zum Donkey Kong December, ob er's will oder nicht. Er wird am 24. ein Nobody's Hero Cover machen. Genau wie ich es getan habe. Und, ähm, ja, freut euch auf den Donkey Kong December 2022 bei Timo. Bis dann.